Hi und willkommen zum neuen Fusion 360 Tutorial. Heute schauen wir uns einfach mal an, wie wir zum Beispiel Knöpfe erstellen, die so eine Ausfüllung haben, unten dann Profile, wo man es draufsteckt und dann sozusagen hier oben eine Kontur drin haben, die dann anzeigen, für was sie zum Beispiel da sind. Das gleiche wollen wir da einfach mal mit einem geraden Körper machen und das Ganze auch mal noch hier ausprobieren. Und ja, ich wünsche euch so viel Spaß beim Video und da steigen wir einfach mal direkt rein und ja, dann legen wir einfach mal los. So, dann starten wir jetzt einfach mal direkt rein und würden jetzt mal zwei Sachen überlegen. Das eine haben wir mal so einen An-Ausknopf gedacht und das andere war ja so eine Art Blende, wo so ein USB-Logo drauf ist. Und dann lasst uns erstmal mit diesem An-Ausknopf starten. Da können wir einfach mal überlegen, wie soll der denn sein, rund, eckig, quadratisch. Wir machen den jetzt einfach mal rund und legen dann hier einfach einen Zylinder hin. Ich mache das jetzt nochmal schnell langsam, also über erstellen, Zylinder. Gehen wir einfach hin und sagen hier, soll der Zylinder vielleicht eine Größe haben von 50 Millimeter und der ganze Knopf soll eine Höhe von 15 Millimeter haben. Jetzt möchte ich vielleicht auch ein bisschen haben, dass das Ganze so eine leichte Ausstellung hat oder ähnliches. Oder ja, dann zeige ich euch da nochmal einen Trick, weil da gibt es nämlich so einen kleinen Workaround, den wir da brauchen, wenn wir sowas machen. Und das heißt, wie machen wir das? Genau, wir gehen hin und erstellen eine Kugel. So, diese Kugel, die soll jetzt irgendwo im Raum erstellt werden erstmal und soll halt eine gewisse Größe haben, so um die 90. Das soll ein eigener Körper sein und wir sagen, okay. So, dann schauen wir uns den ganzen Spaß einmal von vorne an und gehen dann hin und sagen, verschieben, kopieren. Wählen dann hier oben Körper an, wählen die Kugel an und ziehen den ganzen Spaß einmal nach oben. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass das ordentlich aussieht, das hier. Ja, so könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Dann sage ich, okay. Und dann gehen wir hin und sagen, kombiniere mir diesen hier mit dem hier. Warum wählen wir zuerst den unteren an? Weil das unser Zielkörper ist, also das heißt Zielkörper und das Werkzeug ist die Kugel. Das soll ja nicht verbinden, sondern ausschneiden und wir sagen, okay. Und jetzt sehen wir, haben wir, wie wir es kennen, so eine kleine Kugel drin. Jetzt gehen wir nochmal hin und sagen, F für Abrundung. Wählen die beiden hier aus und schieben die so ein bisschen lang, bis das uns gefällt. So hier zum Beispiel und sagen, okay. Dann könnte man auch hingehen und sagen, für die Unterseite ist ja nur ein Knopf. Könnte man auch hingehen und sagen, mach eine Schale bitte drauf von 3 mm. Und dann könnte man in der Mitte das ganze, ja, Modul sozusagen entwickeln, wo es drauf gestickt werden soll. Wir machen das bei unserem Fall immer ganz einfach. Das wird halt auf irgendeine, naja, auf so eine Art Kreuz gesteckt. Also machen wir hier einfach ein Rechteck. Das definieren wir jetzt einmal. Das soll zum Beispiel 3 mm breit sein und vielleicht 15 mm hoch. Dann machen wir einmal 11 Linie. Damit verbinden wir oben rechts mit unten links. Oder umgekehrt in dem Fall. Drücken einmal X dafür. Und damit richten wir den ganzen Spaß an dem hier aus. Jetzt brauchen wir noch so ein Rechteck um 90 Grad verdreht. Jetzt könnten wir hingehen und das gleiche nochmal konstruieren. Oder wir gehen diesmal auf Ändern, verschieben, kopieren. Sagen hier Doppelklick auf unser Rechteck. Haben das Rechteck hier. Scrollen dann runter. Auf Kopie erstellen und sagen, ja, einfach mal um 90 Grad drehen. Oder was wir noch machen können, weil wir jetzt hier um den Punkt hier oben drehen. Können wir hingehen und sagen, ja, ich möchte das Ganze drehen und meine Achse ist, ähm, okay. Na, hm. Geht das so einfach? Naja, die Achse ist, doch, doch, wir nehmen die Achse den Kreis hier. Perfekt. Das müsste gut funktionieren, genau. Und bevor wir das machen, müssen wir auch hier unten wieder den Haken setzen. Das vergisst du nämlich dann wieder die Kopie zu erstellen und drehen den ganzen Spaß einfach um 90 Grad und sagen, okay. Dann gehen wir hin und sagen, ja, C für Kreis. So machen wir nochmal so einen Kreis außenrum. Man braucht ein bisschen Material, wo das Ganze trifft. Dann sagen wir einmal E für die Extrusion und extrudieren den ganzen Spaß, bis sich das hier drüben schneidet. Wir können das gerne auch ein bisschen so machen, dass es darüber hinweg geht. Es soll ja eh alles verbunden werden und wir sagen, okay. So. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch bearbeiten. Und dann können wir nochmal hingehen und in unseren Körper teilen oder kombinieren hier rein. Und dann setzen wir den Haken nochmal auf Werkzeug beibehalten. Das bedeutet so viel wie, dass er die Kugel nicht löscht und die haben wir jetzt wieder zur Verfügung. Und jetzt machen wir das gleich einfach noch einmal. Wir sagen, wieder kombiniere mir den Körper mit dem Körper. Ausschneiden. Und diesmal brauchen wir das Werkzeug einfach nicht mehr und sagen, okay. Und dann haben wir wieder unsere perfekte Form dahinter. Haben hier den Adapter, wo wir das Ganze draufstecken wollen. Haben hier unseren Körper und ja. Gut. Das heißt, der Knopf ist an sich fertig. Dann wollen wir das Ganze jetzt prägen sozusagen. Also mit prägen könnte... Na, funktioniert nicht mit der Funktion. Und dafür brauchen wir aber als allererstes eine Skizze und eine SVG-Datei. Wenn wir das jetzt hier auf SVG-Datei einfügen. Und dann wird er als nächstes eine Skizzenebene haben. Jetzt wäre es natürlich ein Vorteil, wenn diese Skizzerebene hier oben liegt. Also gehen wir hier nochmal auf Abbrechen und sagen, erstelle mir eine Konstruktionsebene. Von der hier. Wir schauen uns das Ganze mal von rechts an. Und kümmern uns einfach nur darum, dass diese Konstruktionsebene oben drüber liegt. Und sagen, okay. Dann neigen wir das Ganze wieder zu uns. Und gehen dann wieder auf SVG-Datei. Genau, jetzt haben wir hier die in absolut riesig da. Jetzt könnte man die hier natürlich einmal kleiner machen. Dann zoomen wir einmal ran und verschieben die so, dass das uns gefällt. So hier zum Beispiel. Und sagen... Einfach mal... Okay, so. Jetzt würden wir ja gerne das Ganze hier ein bisschen vertiefen drauf. Oder ein bisschen hervorheben. Und um das zu machen, ja... Gerade mit dieser Kugel, mit der wir gearbeitet haben, macht das uns ein bisschen Schwierigkeiten. Ich möchte euch jetzt gerne noch was anderes zeigen, bevor wir anfangen, diese Schwierigkeit zu beheben. Wie es wäre, wenn es einfach wäre. Und das heißt, wir gehen einfach hin. Also einfach, einfach. Indem wir in die Timeline wieder zurückgehen. Auf den ersten Schritt. Dann gehen wir hin auf Körper. Ich verschiebe und kopieren. Ich eine Kopie von diesem Körper erstelle hier rüber. Und sage okay. Dann den ganzen Weg wieder zurück. Dann sind wir jetzt wieder hier. Ich mache kurz den Körper so weit, dass er genauso aussieht wie der andere. Und da haben wir ja eine gerade Fläche. Und bei der geraden Fläche wäre es ja gar kein Problem, sowas zu machen. Das heißt, wir würden auch hier einfach hingehen und könnten auf diese SVG-Datei gehen. Und dann würden wir jetzt einfach hingehen und sagen, jetzt die beiden markieren. Und könnten die jetzt einfach mit Extrudieren auf Negativ 1 extrudieren. Und dann hätten wir sozusagen diese Kontur drinnen. Also wenn es eine Negativkontur sein soll. Ich würde jetzt hier einfach kurz A drücken für die Appearance. Und ganz kurz die Flächen ausführen. Dann sehen wir es ein bisschen besser. Aber gerade bei dieser gerundeten Einheit hier müssen wir ein bisschen hingehen und anders arbeiten. Das machen wir, indem wir jetzt eine E für Extrusion auch machen. In diesem Fall, die Extrusion gehen wir einfach so weit runter, bis wir sehen, dass das Ganze mal geschnitten hat. In diesem Fall hat es jetzt hier. Dann gehen wir hin und sagen, das Ganze soll jetzt erstmal ein neuer Körper sein. Und wir sagen, okay. Dann wechsle ich in den Flächenbereich und hole mir einen Versatz. Und dieser Versatz möchte ich keine Ketten auswählen, sondern den Versatz möchte ich nur von dieser Fläche haben. Und der soll zum Beispiel negativ 1 sein. So hier. Was bedeutet das, was wir jetzt hier getan haben? Ich blende das jetzt mal aus. Ich blende auch mal den Körper hier drüben aus. Wir haben jetzt hier eine Fläche erstellt, die sozusagen die andere Fläche exakt wiedergibt. Und mit der Fläche bearbeiten wir sozusagen unseren Extrusionskörper. Und das machen wir, indem wir einfach hingehen in den Volumenkörperbereich und sagen Körper teilen. Den zuteilenden Körper sind die beiden hier. Und das Teilungswerkzeug ist der hier. Und wir sagen, okay. Dann bekommen wir wieder noch mehr Körper. Das ist immer das Schöne bei Körperteilen. Man bekommt so viele Körper. Und wenn man das jetzt hier wegnimmt und den eigentlichen Knopf einblendet, auf Kombinieren geht. Das ist jetzt hier mein Zielkörper. Die beiden sind meine Werkzeugkörper. Aber das Ganze ausschneiden. Und dann haben wir sozusagen diese Form in diesen ausgehöhlten Knopf schön gleichmäßig eingesetzt. Auch hier drücken wir nochmal ganz kurz A für die Appearance und färben diese Flächen ein, dass man so ein bisschen sehen kann, was wir hier getan haben. So hier. Perfekt. Genau. Das war jetzt einmal die einfache Lösung und einmal die kompliziertere Lösung. Warte, ob ich meine einfache Lösung hier drüben. Genau. Und jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, was man noch so machen kann. Man kann das ja nicht nur so auf kleine Knöpfe setzen oder auf runde Teile. Man kann das natürlich auch auf eckige Teile setzen. Und da gehen auch ein bisschen komplexere Formen. Was heißt, es ist komplexer? Jeder kennt das Zeichen. Wir legen einfach erstmal eine Skizze hier vorne an und erstellen dann einfach ein Rechteck, was hier läuft. So hier. Dann sagen wir Skizze fertigstellen. Drücken einmal E für die Extrusion. Von 5 Millimetern. Und dann haben wir einen sauberen Schnitt drin. Das wollten wir nicht machen. Das wollte einfach ein neuer Körper sein. Auch hier gehe ich kurz auf verschieben kopieren. Versetze meinen Körper ein, ein paar Millimeter nach hinten. Dass wir damit arbeiten können. Dann sagen wir okay. Dann sagen wir einfach mal A für die Appearance auch hier. Ich möchte das gerne grau haben. Aber ich kann euch noch einen coolen Trick zeigen eigentlich. Ja, jetzt ist der Körper grau an sich. Jetzt könnten wir die vordere Fläche zum Beispiel... Na, machen wir den Körper rot. Wir machen den Körper rot, wie er vorhin war. Und dann gehen wir auf die Fläche und die Fläche wird grau. Und jetzt, wenn wir hingehen und jetzt wieder eine SVG-Datei einfügen. Also sagen wir SVG. Okay, dann habe ich hier meine SVG-Datei. Jetzt könnte ich die jetzt wieder ein bisschen zurecht ziehen. Das Logo jetzt hier hinsetzen. Und ich sage okay. Und wenn ich jetzt E für die Explosion drücke... Und wir nicht die ganze Wand auswählen würden dafür. Zum Beispiel nur unser Logo. Was aus irgendwelchen Gründen einen Fehler hat. Und wenn wir jetzt sehen, unsere Skizze ist schon gelb. Also gehen wir mal Warnung überprüfen mal rein. Und sagt hier Berechnung fehlgeschlagen. Einige Skizzenkurven könnten nicht den Profilkanten über zugeordnet werden. Und dann leuchtet er schon rot raus, wo er sein Problem sieht. Und wenn wir hier rein zoomen, sehen wir auch, dass hier ein Problem ist. Da sagen wir mal T für Trim. Trim das einmal frei. Und dann sehen wir auch hier, okay. Hier zwischen den beiden Punkten fehlt einfach was. Dann verbinden wir die jetzt einfach mal ganz blöd mit einer Linie. Das ist so klein. Und sollte nicht erkennbar sein später. Und jetzt sehen wir, können wir den ganzen Spaß als Kurve auswählen. Dann drücken wir nochmal E für Extrusion. Und jetzt würden wir das hier zum Beispiel auch negativ 2 extrudieren. Und jetzt haben wir diesen schönen Effekt, dass er sozusagen die Oberfläche durchschneidet. Und dadurch eine andere Farbe annimmt. Genau. Das war so ein bisschen das, was ich euch zeigen wollte. Gerade im ganzen Bereich mit SVG-Dateien arbeiten. Wie kann man da so Knöpfe bearbeiten, mal was Neues machen. Und ja, wenn ihr noch Ideen habt für neue Projekte oder Features, die wir ausprobieren wollen, dann lasst einfach mal ein Like, einen Kommentar da. Und sagt mir einfach, auf was ihr Bock habt. Und wie immer gerne abonnieren und gerne die Videos teilen. Und dann sehen und hören wir uns das nächste Mal wieder.